Herzlich Willkommen zu unserer Airless Discounter Videoserie. Heute geben wir euch ein paar Tipps, um die größten Fehler und Fallen beim Kauf eines gebrauchten Airless Geräts zu vermeiden. Wir haben regelmäßig die Situation, dass in unserer Werkstatt Kunden auftauchen, die ein vermeintliches Schnäppchen gekauft haben, also ein Farbspritzgerät bei ebay, ebay Kleinanzeigen oder sonst irgendwo im Gebrauchtmarkt vermeintlich günstig erstanden haben. Bei genauem Hinsehen stellt sich dann doch häufiger heraus, dass das Gerät nicht voll funktionstüchtig ist bzw. noch Zubehör angeschafft werden muss. Ich würde mal grob sagen, dass bei ebay rund 40 Prozent der gebraucht angebotenen Geräte nicht voll funktionstüchtig sind. Das ist einfach so ein Erfahrungswert und Schätzwert von Kunden, die bei uns mit solchen Geräten reinkommen und auch als Feedback von Kunden, die gebraucht Geräte kaufen. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass die Welt schlecht ist und die Menschen einem immer versuchen, schlechte Dinge zu verkaufen oder nicht funktionstüchtige Farbspritzgeräte, sondern häufig stehen gebrauchte Farbspritzgeräte schon länger in der Garage, im Keller und lagern. Dann kommt vielleicht jemand vorbei und sagt, Mensch, jetzt ist es mal Zeit, das Ding zu verkaufen. Und im Regelfall wird dann kein voller Funktionstest gemacht, sondern was gemacht wird. Steckereien und dann wird geguckt, ob der Motor läuft. Wenn der Motor läuft, nimmt man meist an, es ist funktionstüchtig, aber man weiß noch lange nichts über die Ventile. Bei Kolbenpumpen weiß man auch nichts über den Packungssatz, über die Einlassventile, Entlastungsventil, über die Pistole. Also man kann nur durch den Motorlauftest nicht wissen, ob die komplette Pumpe funktioniert. Und deshalb haben wir jetzt ein paar Punkte für euch zusammengepackt. Wenn ihr die durchgeht, dann seid ihr beim Kauf eines gebrauchten Gerätes schon mal wesentlich stärker auf der sicheren Seite. Punkt 1. Beim Kauf eines gebrauchten Gerätes sollte man auf jeden Fall einen Funktionstest vor Ort machen. Das heißt, man schließt das Gerät an, Schlauch und Pistole sollte dran sein und man macht einen vollen Funktionstest mit zum Beispiel Wasser, indem man einfach einen Eimer Wasser mit dem Gerät verspritzt. Das ist keine große Sache. Gerät angeschlossen, Wasser einmal dazu. Dadurch hat man eben nicht nur die Möglichkeit, den Motor und den Lauf zu testen, sondern man kann den ganzen Pumpmechanismus testen. Man kann testen, hält das Gerät den vollen Druck, also im geschlossenen Zustand. Man kann testen beim Spritzen, also beim Abzug, kann man prüfen, ob das Gerät auch konstant an Leistung nachliefert und man kann natürlich auch schauen, ob andere Undichtigkeiten oder Probleme beim Gerät vorliegen. Also auf jeden Fall beim Kauf mit Wasser testen. Als zweiter Punkt wäre auf jeden Fall zu prüfen, beim Kauf eines gebrauchten Airless-Gerätes ist Zubehör dabei. Ein vermeintliches Schnäppchen kann sich dann doch relativ zu einem teuren Fall entwickeln, wenn Schlauch, Pistole, vielleicht Ansaugsystem, Düse, wenn das alles fehlt und nachgekauft werden muss, können schnell ein paar hundert Euro zusammenkommen. Deshalb auf jeden Fall schauen, was ist an Zubehör dabei, ist das Gerät komplett und im Zweifelsfall dann nachrechnen, was die Anschaffung der fehlenden Teile kostet, um dann wirklich einen realen Preis für dieses Gerät zu haben. Vielleicht als Punkt 3 mehr zu nennen, gibt der Verkäufer Garantie? Also beim Händler kriegt man im Regelfall eine einjährige Garantie auf Gebrauchtgeräte. Da sind Geräte auch überholt und gewartet. Also auch ein wesentlicher Punkt, gibt es eine Garantie dazu, damit man ein bisschen mehr auf der sicheren Seite ist. Eine weitere Geschichte ist die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Bei älteren Modellen kann es leicht sein, dass Ersatzteile noch begrenzt oder gar nicht mehr verfügbar sind. Das heißt, dass man da sehr schnell in das Risiko kommt, dass ein Gerät zwar vielleicht gerade noch funktioniert und man das günstig kaufen kann, aber wenn vielleicht in zwei oder drei Monaten oder vielleicht auch in einem halben Jahr ein Schaden auftritt, dann ist das nötige Ersatzteil gar nicht mehr verfügbar und das Gerät wird damit schnell zum Totalschaden. Wenn man dann das vermeintliche Schnäppchen auf eine Nutzungszeit von vielleicht nur wenige Monate berechnet, dann ist es am Ende vielleicht doch wieder recht teuer. Also Ersatzteilsituationen prüfen, da reicht im Regelfall ein Anruf beim Händler oder Sie können auch einfach bei uns die Bauzeichnung runterladen auf der Webseite und einfach mal gucken, ob da ein paar Ersatzteile, sowas wie ein Einlassventil, Auslassventil, bei Kolbenpumpen, Packungen, Entlastungsventil, ob solche Sachen noch verfügbar sind. Ein weiterer Punkt ist der Begriff Generalüberholt. Von einigen Anbietern werden Gebrauchgeräte als vermeintlich Generalüberholt angeboten. Den Begriff finde ich ein bisschen problematisch, deshalb benutzen wir den auch überhaupt nicht, weil unter Generalüberholt verstehe ich, dass sämtliche Verschleißteile getauscht wurden. Das ist in den meisten Fällen wirtschaftlich gar nicht sinnvoll und möglich. Das macht man auch nicht bei einem gebrauchten Auto. Als Beispiel, wenn da die Bremsen defekt sind, dann wird man nicht gleich den kompletten Motor mit tauschen oder die Scheibenwischer und die Wasserpumpe und vielleicht noch die Lichtmaschine. Also im Regelfall wird ein Händler, der ein Gebrauchgerät aufarbeitet und prüft, wird das komplett durchchecken, wird schauen, welche Teile sind okay, welche Teile müssen getauscht werden und erneuert werden. So ist das normale Vorgehen und man sollte beim Händler bzw. auch wenn man privat kauft oder eben nicht vom Händler auf jeden Fall nachfragen, welche Teile sind getauscht worden, was ist gemacht worden. Der Verkäufer kann vielleicht auch das anhand von Rechnungen nachweisen. Ein Händler kann das auf jeden Fall, weil der normalerweise, wenn er das vernünftig macht, auch die Arbeiten am Gerät dokumentiert und insofern ein klares Protokoll hat, wann wurde das Gerät bearbeitet, welche Teile sind getauscht worden und so können Sie sich einen klaren Überblick verschaffen, welche Teile neu sind und welche vielleicht in nächster Zeit oder irgendwann doch mal zum Wechsel anstehen könnten. Vielleicht als als letzter Punkt wäre noch zu nennen, wenn man ein gebrauchtes Gerät kauft, dass man auch prüft, wie alt das ist. Das ist im Regelfall so, dass auf dem Typenschild dort ein Baujahr vermerkt ist. Bei dem Hersteller Graco ist das nicht immer so. Trotzdem kann man das Baujahr auch über die Seriennummer bzw. über das Modell eingrenzen. Bei vielen Pumpen, gerade auch bei elektrisch betriebenen Kolbenpumpen, gibt es häufig ein Zählwerk, das entweder die Literzahl oder auch die Stundenleistung misst und darüber kann man auch ermitteln, wie stark das Gerät in der Nutzung war, also wie viele Stunden bzw. wie viel Liter Material damit verarbeitet worden sind und das kann dann schon sehr gut helfen, einen Eindruck vom Zustand des Gerätes zu bekommen. Ich denke, ihr habt einen guten Überblick und ein paar erste Tipps dazu erhalten, wie man die gröbsten Fehler beim Kauf eines gebrauchten Airless Farbspritzgeräts vermeiden kann. Solltet ihr Fragen zu eurem Airless Gerät oder auch zum Kauf eines gebrauchten Spritzgeräts haben, postet uns oder schaut bei uns im Forum vorbei. Bis bald!